Hallo zusammen zum Sneak Peek von der Wundtour. Wir sind diesmal in der Schweiz bei Annalena und ihrer Familie. Und die haben sich ein 70er Jahre Reihenhaus gekauft und wie ihr hier schon sehen könnt, einen sehr modernen, hellen, freundlichen Wundraum gestaltet, was bei einem 70er Jahre Reihenhaus nicht ganz einfach war. Und darüber sprechen wir, aber es gibt auch noch Überbleibsel, wie dieses Herzstück, diese Marmortreppe, über die wir sprechen werden. Und oben gibt es auch noch Fliesen, die noch original aus den 70ern übrig geblieben. Darüber und mehr sprechen wir bei der Wundtour am kommenden Freitag um 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal. Hausbeut! 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 Untertitelung des ZDF, 2020